Hallo meine Lieben, anlässlich des internationalen Trans für Homophobie und Transphobie würden wir uns sehr wünschen, nicht mehr um Liebe und Akzeptanz kämpfen zu müssen. Kampf ist ein hässliches Wort und heißt sich untereinander behaupten zu müssen. Die Bedeutung der Liebe ist das, was uns alle gut tut. Sie ist bedingungslos, ohne Vorurteile und ohne Regel. Liebe ist ein Symbol aus der Natur. Wir wünschen euch viel Liebe untereinander und einen schönen Gedenktag. Eure Gloria Rez und euer Mario von Schauplatz der Travestie.